Borderline-Störung. Wie hilft man Betroffenen? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde. Dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Borderline-Störung. Diese Persönlichkeitsstörung hat viele Gesichter. Ein typisches Kennzeichen sind stark schwankende Stimmungen und eine große Angst vor Zurückweisung. Und wir sprechen jetzt über Borderline-Symptome und über deren Therapie. Bei mir ist Prof. Dr. Matthias Nagel. Er ist Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie an der Asklepios Klinik Nord-Wandsbek. In dieser Klinik werden neben Depressionen und weiteren Erkrankungen auch Trauma-Folgestörungen und Persönlichkeitsstörungen behandelt, wie eben die Borderline-Störungen. Schön, dass Sie da sind, Herr Prof. Nagel. Ja, vielen Dank. Was ist das genau, diese Borderline-Störung? Eine Borderline-Störung nennen wir korrekterweise eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Und es gibt noch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typ. Diese beiden Formen der Persönlichkeitsstörung gibt es. Und der Begriff beschreibt es im Wesentlichen auch schon, worunter diese Menschen leiden. Die emotionale Instabilität. Ja, wie, ähm, also erstmal, Borderline hört sich ja so an, als gehe es da um eine Grenze. Geht es da, um was für eine Grenze geht es denn da? Ähm, dieser Begriff Borderline entstammt aus der Geschichte der Psychiatrie. Man hatte früher die psychischen Erkrankungen eingeteilt in Neurosen und in Psychosen. Und bei der Borderline-Störung ist es so, dass die Menschen Symptome aufweisen, die psychoseähnlich sind. Und, also bei schwer Erkrankten, zum Beispiel dissoziative Zustände, aber auch manchmal optische Halluzinationen, so dass man deswegen den Begriff der Borderline-Störung eingeführt hat. Also es geht gar nicht darum, dass man sich selber nicht abgrenzen kann gegenüber anderen, sondern es ist eigentlich so eine Art, also eigentlich eine medizinische Erklärung, eine wissenschaftliche Erklärung. Genau, es ist ein Begriff, um es einzuordnen in eine Kategorie quasi. Ja, was sind, ähm, woran merke ich an mir selbst, dass ich eine Borderline-Störung habe, eine Borderline-Störung? Oder woran könnten es andere merken? Also was im Vordergrund steht bei diesen Menschen, ist eben das, die emotionale Instabilität. Also die Menschen sind häufig sehr wechselhaft in ihrer Stimmung. Das wechselt manchmal in Minuten, Stunden von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Also sehr starke und heftige Schwingungen im Hinblick auf die Stimmung. Und das führt gelegentlich dazu, dass Menschen sehr auch gereizt sind, in Konflikte geraten, auch impulsive Handlungen ausführen, ohne dass sie die Konsequenzen berücksichtigen können. Oder dass es ihnen schwerfällt, bestimmte längerfristige Handlungen durchzuführen, ohne Belohnung. Das ist erstmal so die emotionale Instabilität. Bei der Borderline-Störung kommen häufig noch Symptome hinzu, wie selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel, Sorge vor dem Verlassenwerden. Und oft leider auch Suizidgedanken, Suizidalität spielt auch eine Rolle. Das sind so die wesentlichen Punkte, die die Menschen betreffen. Und auch ein wichtiger Punkt eben, die emotionale Instabilität wirkt sich eben auch auf Partnerschaften aus. Also da gibt es oft viele Wechsel oder wenig Kontinuität häufig bei den Menschen. Ja genau. Grundlage diese Sorge, also die Angst vorm Verlassenwerden. Das spielt eine richtige Rolle. Ja, ist das so der, eigentlich der Ausgangspunkt der gesamten Problematik wahrscheinlich, oder? Das ist eine Symptomatik bei der Borderline-Störung, die sehr ausgeprägt ist. Manche Patienten drohen dann mit Selbstverletzungen für den Fall, dass sie verlassen werden könnten. Das ist eines der großen Sorgen der Betroffenen. Ja, wenn man instabil ist in einer Beziehung, das heißt dann, dass ich das nicht mir merken kann, dass jemand mich mag. Kann man das so sagen? Also, dass ich immer wieder eine neue Bestätigung brauche dafür? Ja, ich könnte mir das so vorstellen. Teilweise ist es so, ja. Die Menschen haben Sorge davor, verlassen zu werden und brauchen immer wieder die Rückmeldung, dass die Partnerschaft stabil ist. Das ist tatsächlich so. Ja. Und heißt das dann auch, dass diese Rückmeldung sehr deutlich wahrscheinlich sein muss vom Partner auch? Ja. Das wird eingefordert, ja, durch die Drohung mit den Selbstverletzungen zum Beispiel, ja. Ja. Das heißt, bin ich denn überhaupt in der Lage, wenn ich eine Borderline-Störung habe, mit vielen verschiedenen Menschen gleichzeitig Kontakt zu haben? Also, grundsätzlich muss man sagen, die Borderline-Störung an sich ist nicht, die Kriterien, die ich auch erwähnt hatte, treffen ja nicht alle so komplett auf jede Person zu. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, auch die meisten Patienten, die zu uns in die Klinik kommen, weil sie behandelt werden möchten, haben erstmal eine Depression. Ja. Zum Beispiel werden wegen einer Depression behandelt und im Verlauf stellt sich heraus, dass auch eine Persönlichkeitsstörung oder eine Akzentuierung eine Rolle spielt, sodass man eigentlich nicht pauschal für die Gruppe sagen kann, mit dieser Störung habe ich die und die Symptome, nicht immer. Ja. Ja, ich verstehe. Das heißt, überhaupt, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, warum komme ich denn zu Ihnen? Also, das ist ja nicht so, dass ich eines Tages morgens aufwache und sage, ah, ich habe eine Borderline-Störung, sondern ich bin vielleicht sehr traurig oder ich habe einen starken inneren Druck wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, die meisten Patienten kommen gar nicht unbedingt immer wegen der Persönlichkeitsstörung. Das gibt es natürlich auch. Also, viele schaffen es tatsächlich auch, dieses Problem für sich zu erkennen und sich dann auch in Behandlung zu begeben. Tatsächlich gibt es das natürlich auch. Und dafür bieten wir ja auch ein störungsspezifisches Angebot an, wenn die Diagnose in der Regel schon mal ambulant gestellt wurde zum Beispiel, beziehungsweise den Patienten einfach merken, dass sie in diesen beschriebenen Bereichen auch ein Problem haben. Das ist schon auch eine Herausforderung für Menschen, das für sich zu erkennen, auch als Erkrankung, als Störung wahrzunehmen und sich dann in Behandlung zu begeben. Ganz häufig ist es aber so, dass die Menschen eher eine Depression zum Beispiel haben oder Burnout oder eine Angststörung oder Essstörung und sich dann in die stationäre Behandlung begeben. Und im Verlauf können wir dann diese Borderline-Störung diagnostizieren, zumindest zu Beginn der Behandlung. Und was wir anbieten ist, wenn die Patienten erstmal bei uns sind, dass sie zum Beispiel im weiteren Verlauf in Intervalltherapien kommen können. Weil eine Persönlichkeitsstörung ist quasi auch eine lebensbegleitende Erkrankung oder Störung, die nicht mal eben behandelt wird und dann ist die weg, sondern das erfordert einfach eine längere Zeit. Ja. Was für eine Vorgeschichte haben Ihre Patienten? Ah ja, Sie fragen auch in Richtung Auslöser, ne? Ja. Genau. Das ist relativ häufig so, dass die Patienten mit so einem Störungsbild eine sehr, sehr schwierige Biografie hatten. Das sind häufig Traumata, die erlebt wurden. Das können sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, aber auch Misshandlungen, verlassen werden als Kind, Einsamkeit, solche Dinge. Das kann eine Rolle spielen. Es gibt Studien, die sagen, dass bis zu 80 Prozent der Menschen mit einer Borderline-Störung in ihrer Biografie eine Traumatisierung erlebt haben. Also die posttraumatische Belastungsstörung ist bei dieser Gruppe der Menschen sehr, sehr häufig. So dass man dann am Ende dem eigenen Kern nicht wirklich traut, würde ich vielleicht sagen. Jetzt hatten Sie schon gesagt, es ist eine lebensbegleitende Störung und auch eine langwierige Behandlung. Dann ja vermutlich mit dem Ziel, Symptome zu reduzieren. Oder ist eine Heilung möglich? Also der Begriff Heilung ist ein ganz großes Wort. Das würde ich jetzt nicht so formulieren. Also erstmal ist es so, die Patienten kommen zu uns mit einem bestimmten Anliegen. Gemeinsam mit den Therapeuten wird besprochen, was ist der Wunsch, woraufhin möchten sie hinaus, welche Ziele möchten sie für sich erreichen. Das ist die oberste Priorität natürlich. Und das ist in der Regel natürlich die emotionale Instabilität. Wir können es auch als Effektregulationsstörung beschreiben. Das ist also die Patienten in die Lage zu versetzen, die starken emotionalen Schwankungen entweder auszuhalten, aber auch zu regulieren. Das ist so mit das Hauptziel, was auch die Patienten dann so artikulieren. Und das wird dann mit den Patienten gemeinsam gemacht. Es ist so, dass die Folge nach zwei Jahren ungefähr bei 50 Prozent liegen, dass die sich deutlich verbessern. Und so nach fünf oder mehr Jahren wird es immer mehr. Also das ist auch eine Erkrankung, eine Störung, die sich im Laufe des Lebens tatsächlich bessert. Das ist auch schön. Ja, das ist wirklich, die Therapie hilft, wirklich. Und die Therapie braucht man öfter mal in der Phase, bis man die Stabilität auch erlangen kann. Ja, ja. Ich glaube, Sie wenden da an so eine Therapie, die nennt sich DBT? Ja. Die Sie, ja? Das ist die dialektisch-behaviorale Therapie nach Marsha Linehan. Das ist eine Psychotherapeutin, die selber einmal an einer Borderline-Störung gelitten hat, auch eine besonders schwere Form hatte. Die hat sich vor ein paar Jahren auch geoutet. Und das ist ein Therapieprogramm, das sehr nah am Patienten orientiert ist. Und das ist eine kognitive Verhaltenstherapie, das heißt, oder eine Form der kognitiven Verhaltenstherapie, wo man sich eben an dem Denken der Menschen orientiert und gemeinsam mit den Betroffenen eine, also neue Denkstrategien entwickelt. Also Alternativen zum Beispiel? Genau. Also dysfunktionale Gedanken zum Beispiel in Frage stellt und dafür Alternativen entwickelt und auf diese Weise auch Emotionen besser regeln kann. Weil wir wissen, dass wir über das Denken häufig Emotionen auslösen. Im Millisekundenbereich, das funktioniert extrem schnell. Sogenannte automatische Gedanken, zum Beispiel Angst auslösende Gedanken, führen zu Angst, Emotionen. Und da können wir dran arbeiten, an den Gedanken. Ach so, dass man die umbenennt oder umbewertet. Dass man die Gedanken einmal genau betrachtet, analysiert und in Frage stellt und Alternativen dafür entwickelt. Sodass zum Beispiel starke Emotionen wie Angst nicht so schnell auftreten. Das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist eben auch, mit den Emotionen anders umzugehen. Da geht es zum Beispiel um Achtsamkeit, innere Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen. Wie funktioniert das? Und Achtsamkeit ist ein ganz wichtiges Prinzip, wo es darum geht, dass man die Umwelt wahrnimmt mit seinen Sinnen, ohne sie zu bewerten. Das ist ganz schwierig, weil wir Menschen funktionieren so, dass wir die ganze Zeit denken und bewerten. Und wenn man das mal ausschalten kann, kommt man in eine Phase, wo man tatsächlich neutral auf die Welt guckt und Emotionen im Idealfall dann gar keine Rolle mehr spielen. Wenn das die Patienten schaffen, haben die sich super gut weiterentwickelt. Ja, das klingt sehr schön. Und so für den Anfang oder für die schwierigeren Situationen, geben Sie da Medikamente? Ja, wir können Patienten in Krisen Medikamente geben. Also Psychopharmaka, da geben wir zum Beispiel manchmal Menzodiazepine, aber auch andere sedierende, beruhigende Medikamente. Wenn zum Beispiel Suizidalität eine Rolle spielt, das ist eigentlich so üblich. Für die längere Behandlung, wie gesagt, die meisten Patienten kommen mit einer Depression zu uns. Da geben wir Antidepressiva und auch noch andere Medikamente, Antipsychotika, die für diese Indikationen auch zugelassen sind, im niedrigen Dosisbereich, wenn Patienten das wünschen. Genau, wenn Sie es wünschen. Das heißt, ich muss Sie nicht schlucken, um die Therapie nicht abzubrechen sozusagen? Nein, also Medikamenteneinnahme ist natürlich immer freiwillig. Das ist klar. Also es gibt manchmal Situationen, wo wir das sehr dringend empfehlen, weil es einfach medizinisch sinnvoll ist. Und es ist auch eine wichtige Chance für die Patienten, das Medikament zumindest mal auszuprobieren. Aber in der Regel ist das nicht unbedingt erforderlich. Wie lange dauert die Therapie bei Ihnen? Ja, typischerweise kommen die Patienten erst mal für sechs bis acht Wochen zu uns. Und wenn es eine heftigere, ausgeprägte Erkrankung ist, dann machen wir meistens Intervalltherapien, so dass die Patienten zwei-, dreimal im Jahr zu uns kommen können, zum Beispiel, je nach Bedarf auch, um den Patienten auch über die längere Zeit zu begleiten. Weil es ist eine enorme Herausforderung für Menschen, sich selber zu verändern. Darum geht es ja, das ist im Kern. Das ist ja nicht nur so, dass man so ein paar Symptome verändert, sondern es geht wirklich um eine innere Haltung, um eine Identität, um eine wirkliche Veränderung der eigenen Persönlichkeit. Deswegen nennen wir es ja auch Persönlichkeitsstörung. Und das kostet natürlich Zeit und ist sehr, sehr mühsam und ist harte Arbeit für die Patienten. Das ist schon nicht ganz einfach, so eine Therapie zu machen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!